Die Herzen? Ja. Ja, klappt schon. WTF? Was geht? Leg dich mal ganz kurz ins Bett. Sollts nicht in das Loch fallen. So, du wolltest mir sagen, dass der Spiegel nicht zu den Dungeons führt, das guck ich mir dann gleich mal an. Das war nicht so der Plan. Aber erst möchte ich hier schöne Klatschi-Klatschi machen. Die Zombies spawnen noch fleißig. Ganz kurz aus, Multifunktionsknopf. Und rauf da. Au. Guck, jetzt ist ein Zombie rausgekommen, das ist so ein Rare-Zombie. Und ja, der portet sich halt einfach raus, ne. Und ansonsten ist das hier ganz schön mit der Mobfalle. Läuft auf jeden Fall. Level sind ganz annehmbar. Hören nämlich gar nicht mehr auf gerade. Ja, danke. Hahaha. Ja gut. Gleich noch mal ein bisschen laufen lassen, das Ding. Und Sachen getroppt wieder noch ein Löcher. Durch die Frage, ob da jetzt Miniatur-Red-Hearts drinne waren. Ich komm mal ganz kurz runter, bitte. Ja. Pilz-Biom. Oh, so, ne von dir. Kommen die beiden jetzt erstmal hier rein. Okay. Äh, genau. Das, 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 das. Da werde ich wahrscheinlich nochmal was an der Mobfalle verändern. Sondern wenn wir alle unsere Herzen voll haben, dann werde ich die Mobfalle so machen, dass wir diese Items daraus nicht mehr bekommen. Sondern, dass, äh, ja, dass die einfach, äh, nach unten fallen. Weil da kommt Großteil nur Müll raus. Bis auf diese Miniatur-Red-Hearts, die wir halt noch brauchen. Ey, du. Ja, hab ich jetzt verkannt. Boah, ich lass die mal noch ein bisschen spawnen. Ups. Ich schmeiß in der Zeit ein bisschen Müll weg. Sowas zum Beispiel. Sowas. Sowas. Sunflowers. Was ist das? Äh, Zombies, äh, ne, das kommt, da hier kommt Dings rein. Darf ich mal kurz was machen? Was ist das denn? Hast du ein neues Spielzeug gefunden? Ah, wat is denn dat? Warte. 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 Was ist das? Hab ich irgendeine Fake? Nein. Das war einfach kein Schaden. War voll putzig. Ah, man wird langsamer. Wow. Hä, echt? Man wird langsamer? Krass. Wow. Also Zombies, ihr spawnen schön. Ne, geh mal weg da. Oh. Wir machen du halt zuerst. Ja. Erst mal ganz kurz ausstellen. Alter. Das ist laut. Laut. Wie lebt man die? Fünf. Eins. Ich glaub da ist wieder ein Hardcore Boss drin. Der macht mir nämlich schon Spinnenweben hier drauf. Au. Au. Ich will nicht sterben. Kann ich kurz sieben Level machen. Gleich. Oh. Oh. Der ist aber echt krass. Was macht denn der? Wunder mich. So. Alter. Das Ding hat. Oh. Die regenerieren sich. Sag das doch. So. Erst mal fast mit dem Hunger down. Dann mach ich das Ding gleich wieder für Justin an. Und schmeiß den Müll weg. Der Weg. Das. 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 Eine Potato kann weg. Die ganzen Sachen können auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Rüstungen. Ausrüstung. Äh. Das kann hier oder ein. Die Diamantschaufel kann bei dem Werkzeug oder ein. Sunflower Seeds bei. So viel Crap irgendwie bei mir. Ist gar nicht klar. Und das kommt hier rein. So. Dann kann ich kurz mal meine Rüstung reparieren. Die kriegt nämlich auch schön Schaden durch die Falle. Ach ja. Und fertig verzaubern. Und zwar fehlt da noch Dette. Oh. Dann kostet es mehr Level zum Reparieren. Glaub ich. Ne. Warte. Gibt es ja jetzt diesen. Sam. Da fehlt mir sogar noch was für die Rüstung. Warte. 13. Ah. Da fällt mir ein. Ich habe ja extra hier eine tolle Notfallrüstung. Äh. Für solche Sachen. Wir haben uns nämlich auch in der anderen Welt immer Rüstung gemacht. Extra für die Mobfalle. Weil die Rüstung. Die Hauptrüstung. Also unsere. Siefrüstung in dem Fall. Siefrüstung. Immer sehr viel an Schaden. Dazu bekommt. Und durch die Mobfalle. Und deswegen ja. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz und sehe alles blind. Ich bin schwarz und sehe alles blind. Vielleicht einfach nur ich bin blind und sehe alles schwarz. So rum. Ich bin schwarz und sehe alles blind. Also sowas beknacktes habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber ganz ehrlich. Ich auch nicht. Oh. Das Schwert ist fast kaputt. Alter. Ja. Schon ein geiler Hengst. Ja. Das muss man einfach so sagen. Oh. Ich wollte das Level für was anderes benutzen. Aber nicht behieden. Egal. Wir müssen daraus unbedingt Schoko... Äh. Dings bekommen. Also gar nicht. Äh. Die Herzen. Jo. Jo. Ja. Klappt schon. What the fuck. Das war zum Beispiel so einer, den ich meinte. Äh. Ich bin fast tot. Ihr habt es gesehen. Deswegen jetzt erstmal. Und erstmal ganz kurz regenerieren. Äh. Ja. Weil. Ihr habt es gesehen. War nicht so gut. Aber hau mal bitte nicht drauf. Okay. Bin nämlich jetzt kurz vorm. Na. Aber man kann sich auch so eine... Side machen. Ja. Geil. Oh ja. Das liegt hier voll ab. Mal ganz kurz ausstellen. Sonst leckt es zu sehr. Und das muss nicht sein. Uh. Achja. Ich hab mal die Klau kurz an. Man. Das ist übel slow life. Kann das sein? Äh. Ja. Achja. Meine Hose ist kaputt. Moment. Ich nehme mir kurz aus den Ausrüstungskisten mal so ein bisschen neue Ausrüstung. Zum Beispiel. Was ist denn da ganz cool? Ne. Einfach mal ganz schön. Mal ganz hitteln. Ja. Genau. Alter. Ne. Nimm halt alles. Was ist mit dir? Ich hab die Hose bekommen. Danke. Arschloch. Verründe. Weißt du. Ich bekomme das ganze Zeug und er klaut es einfach. Oha. Okay. Ne. Komm. Fast verschissen. Hast verkackt. Sei ruhig. Ganze Zeug. Ja. Es ist so. Du machst nichts. Du weißt jetzt einfach gar nichts. Sei ruhig. Wetten. Ich bin wieder fast tot. Ah ne. Es geht sogar. Weil ich die Herzen aufsammel gerade. Hinter dir. Ja. Dann mach kaputt. Ich seh nämlich gar nichts gerade. Lass mich jetzt mal bitte. Nein. Ich fühl mich so langsam alter. Du auch? Ja. Okay. Ist er an? Ja ist an. Gut. Dann kann ich eben noch die Rüstung fertig machen und das Schwert nochmal Repairing. Rüstung. Dann. Da kommt das jetzt drauf. Schön. Und das Schwert bekommt jetzt noch Unbreaking. Das wird noch mit der Zeit verzaubertes Schwert ein bisschen besser. Das ist dann nämlich das Dingsschwert. Diese ganzen Rottenflash und die ganzen Zombie-Heads. Also da hat man zum Schluss so viele von die können wirklich weggeschmissen werden. Ich will mir näher tun. Okay. Äh. Ist hier unten eigentlich sehr dunkel? Ja. Naja. Machen wir mal ein bisschen Licht hin. Oh. Ey. Oh. Wie ungewohnt das ist, dass ich hoch springe durch diese Klau-Phoots, die ich lange nicht mehr hatte. Was denn? Was denn los? Oh. Oh. Hier ist echt ziemlich laut mit den Zombies. Ja gut. Mobfalle fertiggebaut und natürlich. Oh. Oh. What. What the fuck? Oh oh. Okay. Das war ein riesen Fehler von mir. Ich hab was getan, was ich gar nicht machen wollte. Ich bin nämlich ins Dings gelaufen. In Twilight Forest. Seit wann spawnen im Twilight Forest Creeper? Ich dachte, da sind nur die Monster, die dort auch wirklich hingehören Also, keine Ahnung, halt keine Standard-Mobs Oder hat er sich... Justin? Dann ist er da durchgelaufen, würde ich sagen Dann haben wir jetzt ein Problem Was brutal ist kaputt Ja, na, was soll ich denn machen? Ich bin natürlich nicht durch Ja, warte, ich mach's gleich halt neu Alter, wie kommt da ein Creeper hin? Was bist du denn? Tiny Bird? Ja, du bist echt Tiny, hier, stirb Tiny Was bist du, Tiny Bird? Och, Mann Und du bist ein Scrabble Ein Scrabble Mache ich das ganze Portal nochmal neu? Ja, da, wo es war, aber bitte Ja, ist okay Ach, WTF Kommt da erstmal ein Creeper? Ich höre noch inzwischen und denke mir so Hör, seit wann sind hier Creeper im Twilight Forest? Und auf einmal Pott tot Ne, ich war ja nicht tot, einfach nur zack, Pott da, geputt Wie, warst nicht tot? Dachte Ja, ich weiß, dass du mir das zutraust Ja, doch Läuft ja auch bei dir, Dome Ja, läuft richtig Ja So Hoffentlich kommst du auch an derselben Stelle raus Ja, ist es denn die Possibility? Ja, ist es denn die Possibility? Da geht ein Creeper durch und macht kaputt Was soll denn das? Woher Pech kam, ne? Ich lebe ja hier noch Ja Ich lebe übrigens auch Kann ich mit dem Spiegel zurück? Fragezeichen? Nein Okay, also ja Nein, wirklich Dungeons Ich muss wieder mal angucken, was du mit Dungeons meintest Zum, ähm Dings Jetzt wird mal eine Blume Und das ist eine Orchidee Ach, eine Iris, tut mir leid Eine Iris Oh, jetzt muss ich auch noch für dich einen Diamanten holen Boah, ne? Ja, weil du schon alles gemacht hast, was ich dann Wo ich dir retten musste Wo ich dir retten musste Wo ich, wo ich dir retten musste Mustafa Einfach Ja, Mustafa Genau so sieht es nämlich aus, Mustafa Wenn du das Video sehr siehst Du bist ja mal angesprochen Stimmt, haben wir Mustafa, der uns zuguckt Was soll denn das jetzt bitte heißen? Rassistisches Arschloch Tschüss Wahrscheinlich kommst du ganz woanders raus Achso, soll ich da jetzt durchgehen? Na, ich brauche ja ein Portal Hi Wo bist du? Genau da, wo ich immer bin Da ist aber ein Loch Lauf halt mal zwei Meter weiter oder so Aber ich seh dich noch nicht Also musst du eh kurz warten Sag mal deine Kontinaten 138 und minus 700 Hallo, ich hab's Er wohnt da Ja, ja, bin schon drin Justin, mein Ratter, mein Ratter Ja, ich bin halt geil Das ist noch ein Clipper Und ich hab Leck Wenn der jetzt das Haus kaputt macht, Alter, kann ich nichts dafür Ey, im Haus Wenn der das Haus kaputt macht, kann ich nichts dafür What? Lo Ich hab's Gefühl Achso Nein Ja, ist es denn der Fall Mein Gott, Justin, genauso behindert wie ich Ja, ich bin's jetzt Ja Also, ich war das nicht Ich mach ja mal ein paar Fackeln hin Ich soll eine Pattern-Chess bauen Vorher möchte ich gucken, wo mich da in den Spiegel hinführt Den du kaputt gemacht hast Weil vorher war der richtig Ja, landet genau vor der Tür Also ich ihn unter der Erde benutzt habe Ah, du machst nur Kacke mit meinen Spiegeln, wirklich Ja, genau Okay, der Spiegel ist schon mal kaputt Ja, was ist denn da mit meinem Zuhause-Spiegel? Was ist denn mit dem? Ist der denn auch kaputt, oder was? Ja, vielleicht ist das der mit den Dungeons Vielleicht hast du den umbenannt Genau Ich nenne den Zuhause-Spiegel Dungeons Lo, ich bin auf der Dings-Falle drauf Lo, weil ich den da zuletzt gesetzt habe Mein Dungeon ist ja scheißegal eigentlich sowieso Und hier hab ich noch ein Magic Mirror einfach Da mach ich jetzt halt Achso, ja, ich hätt's ja machen können, aber Ich muss mal zusammenarbeiten, ja Ey, hallo, ohne mich hättst du gar nichts Ja, stimmt Nein, wirklich Ja, du hast halt die meiste Ahnung von Hexe Tut mir leid, Boss Nee, geht ja nicht um Hexe jetzt Ah, das könnte was ganz anderes Ach, das Ich mach das jetzt nur, weil ich das Schwert noch ein bisschen verzaubern möchte Da war ich gerade nicht so viel zu tun habe Aber dann kann ich ja gleich mal ein bisschen die Mobfalle so schön zeigen Nee Nee Obwohl, da kann ich noch ein paar andere Sachen schön verzaubern Und die mir gerade so einfallen Spontan Guck mal Ist das eigentlich die Possibility? Ich glaube Guck mal, ich brenne Ja, hoffentlich verreckst du Leider nicht Schade Ah, ich hätte gern noch so ein Lava-Loch Kann ich das nicht da irgendwie Kann ich das da echt reinwerfen? Nicht alles, aber ein bisschen Ja What? Ja, das ist zum Beispiel so einer, den ich meinte Jetzt hat er nämlich meinen Zermerber kaputt gemacht Der Arsch Das ist jetzt ein Rearm-Up gewesen Ich zähle gerade gar nicht mit Das wird schon passen Jetzt hoffen wir einfach mal, dass hier kein Creeper kommt Ja Hat sich zumindest nicht raus teleportiert Oh mein Gott Ich sehe meine Lebensanzeige nicht Ich bin gewittert Okay, mein Leben ist voll Ja, komm doch her Ich sterbe noch 100% Aber egal Oh, jetzt macht er noch ein Spinnennetz hier hin Oh, jetzt reicht's aber wirklich Also, hör mal Nee Alter Hast du's? Ey, ja Ich brauche noch ein bisschen Ja, ich wollte dich eigentlich fragen Ob wir jetzt vielleicht mal Das Gerät in Schiff Oder zu machen Äh, nein Nein? Okay Willst du mich verarschen? Degga, was ist los mit dir? Okay, das ist mir gerade zu doof Sorry, aber Tschüss Nee, nee Da hab ich mir jetzt Da geht los mit dem rumzuschlagen Nee, der hat mich ganz schön gemobbt Also, nee Also, sowas ist dann in der Mobfalle drin Ja, und die denken sich dann Wir können den Dom auslachen Aber jetzt hat der beide Schilder kaputt gemacht Dieser Arsch Nee, ich meinst jetzt auch Eisen hier rein Weil mir ist jetzt einfach alles Ich hab jetzt einfach das Zeug Ich hab ja das Teil und das Geld Und da Kommt jetzt hier noch Salt-Teaser drauf Und dann hab ich das auch schon Und dann kommt jetzt hier noch Äh, noch ein bisschen mehr Unbreaking drauf, ne Und dann muss ich das auch noch reparieren Und dann brauch ich doch noch mal Die scheiß Mobfalle Und ich komm ja nicht zu Potter Nur drei Minuten Hat der die Fackel kaputt gemacht Der Arsch Soll denn sowas? Kann nicht leiden Ich glaub ich mach da noch So einen extra Raum oder so Einfach Ja genau Ich mach jetzt noch ein kleines bisschen Cobbles down Oh, mir fehlt irgendwas Hier fehlen Fackeln Ich geh einfach mal ein bisschen Erdefarm Justin geht einfach mal ein bisschen Erdefarm Fehlen Fackeln Und hier fehlt Licht In der Mitte Genau In Ritz sind ein bisschen Cobbles down Wollte ich drum bauen Damit so ein Explosionsding Nicht immer alles In die Luft zerstört Und tut Und Dann macht man hier noch ein bisschen weg Hier eine Fackel ran So Dann kann man hier im Notfall Hier rein Leute Es hat sich schon einer rausgepackt Ah ne doch nicht Und hier im Notfall kann man dann auch drauf zugreifen Und hier im Notfall kann man nicht drauf zugreifen Jetzt kann man sich nämlich hier ordentlich reinstellen Und sagen Ich beende das Spawnzeug jetzt mal ganz kurz Ihr habt eure 19 HP Habt gleich ein bisschen weniger So jetzt haben wir noch ungefähr so viel Und jetzt einfach mal drauf da Genau Jetzt haben sie mein Schwert geklaut Haben es mir auch wieder gegeben Weil das ja nette Typen sind Und doch ein Spinnennetz Doch ein Spinnennetz Aber diesmal nicht mehr so nervig Das Spinnennetz Und das ist glaube ich sogar recht nah eingeschlagen Ich weiß aber gerade nicht wo Und ich finde das hier ein bisschen ungänstig gebaut von mir eben Kann ich wieder wegreißen War nicht so klug Dann lieber so Ich hör's doch Hier Da Hab's gefunden Yeah So hier könnte man noch ein bisschen spawnen Ein paar Level bereue ich dich noch Und ja Mapfalle funktioniert Das ist grande Andere Waffen Da kann sowas dann zum Beispiel rein Werkzeuge Da kann sowas rein Das kommt hier rein Das kommt hier rein Das kommt weg Ey Das kommt weg Das kann bei Erze rein Und das bei Auch bei Dingens Cobblestone kommt hier rein Wollen wir auch schon ins Wort Und bei behalten Okay Und die Zombieköpfe kommen dann da rein Schön Ich will noch ein bisschen das Schwert machen Alter Ist schon wieder einer drinnen Eins Zwei Zwei Nicht so grande Ich weiß nicht wie viel Leben ich hab Wenn ich jetzt sterbe Dann wäre es wenigstens noch ein gutes Folgenende Wir sind schon bei 20 Minuten Sehe ich gerade Das heißt ich versuche die noch zu töten Aber das sind zu viele Die kommen alle nach Und wir sehen uns an der nächsten Folge von Exit Bis dahin Tschüss 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 Tschüss